Wir versuchen gerade zu improvisieren mit den Schrauben, die wir gerade noch so aus alten E-Care-Wetten zur Verfügung haben. Hier an der Werkbank, da hat alles viel begonnen, denn von hier aus können wir jetzt drauf sägen, schleifen, hämmern, bohren, schrauben. Das war der Beginn von allem und diese wunderbare Werkzeugbox, wie immer gern mit Bettlatten gebaut wird. Wir haben von einem noblen Spender alte Spanplatten geschenkt gekriegt. Sägen die jetzt in Stücke, waren noch aus einem Trin. Wir haben den Weg gemalt mit Kreide. Danke für die Spenden. Es ist richtig geil, hier rumzuschaffen und dann nach Hause zu kommen und 10 Events zu haben, wo 10, 20, 50 oder 100 Euro Spenden stehen und zu wissen, dass da draußen Leute sind, die mit diesem ganzen Kram mitmachen und uns helfen, das wäre es hier. Vielen, vielen Dank. Das ist echt das Schwierigste. Vielen, vielen Dank. Oh, das ist echt das Schwierigste. Danke! Danke! Danke!